Hallöchen ihr Hübschen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Gerade eben noch den Food Haul für euch abgedreht und jetzt dachte ich, setze ich mich im Anschluss direkt mit euch hin und bespreche mit euch, was denn jetzt bei der Ärztin rauskam. Ich hatte ja heute den Termin, um die Blutergebnisse zu besprechen. Wir haben auch noch einiges anderes besprochen. Und ja, genau, bevor ich jetzt irgendwie erst in zwei, drei Tagen vielleicht dazu komme, dann irgendwie noch was vergesse oder irgendwie was durcheinander werfe, da dachte ich, solange das noch frisch ist, setze ich mich jetzt einfach mit euch hin und genau, wir bequatschen einfach mal, was da jetzt rauskam und ja, was jetzt so die nächsten Schritte sind. Ich will es jetzt auch gar nicht so lange rausziehen oder super spannend machen, ganz kurz und knapp. Was viele von euch ja auch wissen wollen, Thema Ergebnisse, was ist jetzt bei rausgekommen. Tatsächlich hat mein Gefühl mich bestätigt, es ist alles in Ordnung, toi toi toi. Ich bin natürlich glücklich darüber, denn ich wollte keine Tabletten jetzt den Rest meines Lebens zu mir nehmen müssen. Und natürlich ist es auch eine schöne Nachricht zu wissen, dass erstmal mit mir und meinem Körper alles gut ist. Meine Werte sind top. Ich habe keine Mangelerscheinung oder sonst was, kein Diabetes und meine Schilddrüsenwerte sind wirklich auch super. Nichtsdestotrotz, natürlich ist es ein Stück weit auch frustrierend, denn das wäre jetzt die einfachste und schnellste Lösung für mein Problem gewesen. Da hätte man medizinisch was machen können. Ich hätte für mich auch gewusst, okay, ich mache nichts falsch. Wobei nichts falsch machen ja auch irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, dass ich was falsch mache. Aber nichtsdestotrotz muss ich halt erstmal noch den Knopf finden, den ich aktuell drücken muss, den mein Körper braucht, um dann endlich einfach die nächsten Schritte gehen zu können. Und das wäre jetzt einfach so ein bisschen das Einfachste gewesen. Aber gut, einfach kann jeder. Jetzt müssen wir halt weiterschauen. Ich muss sagen, ich finde die Ärztin wirklich top. Ich fühle mich da wirklich auch gut aufgehoben. Und ich werde mich da auch weiter von ihr beraten lassen. Also sie, ja, sie findet meine Einstellung zu dem Ganzen auch wirklich bewundernswert. Das hat man auch gemerkt. Wir kommen da gut miteinander zurecht. Und sie hat auch gesagt, ich soll bitte regelmäßig Updates geben und dass wir halt immer wieder nachschauen und gucken können, okay, was können wir jetzt in Angriff nehmen? Was können wir verändern? Ich habe dann mit ihr besprochen, was ich denn jetzt aktuell so mache. Und sie war auch direkt mit mir absolut in Einklang damit, dass ich auf jeden Fall nicht weniger als 1700 Kalorien essen sollte. Sie hat mit mir dann auch nochmal den Grundumsatz ausgerechnet. Und sie hat gesagt, sie findet es super, 2000 Kalorien zu essen. Denn dadurch, dass ich mich eben so viel bewege, dadurch, dass ich jetzt halt auch eben zum Sport gehe und das auch vorhabe, jetzt so und so durchzuziehen, sagt sie auch, der Körper braucht auch Energie. Der Körper muss auch irgendwie was zu tun haben bzw. auch genug Energie aufbringen können, um dann eben auch die Leistung bringen zu können. Und dementsprechend war sie da absolut meiner Meinung, die Kalorien eben nicht zu reduzieren. Das heißt, es bleibt auch erstmal dabei und auch sie findet es gut, dass ich jetzt gesagt habe, das, was ich jetzt aktuell mache, mache ich jetzt erstmal bis Ende des Monats, um dann wirklich auch zu gucken, okay, hat sich jetzt was getan oder hat sich eben nichts getan? Und dann eben weitere Sachen in Angriff zu nehmen. Wir haben dann besprochen, dass es zum Beispiel die Möglichkeit gäbe, vielleicht einfach mit einer Woche Heilfasten, wobei das steht so ein bisschen weiter hinten jetzt auf meiner Liste, mit einer Woche Heilfasten, den Stoffwechsel mal nochmal so ein bisschen zu resetten, einfach nochmal so einen kleinen Anstupser zu geben, nochmal dem Körper die Möglichkeit zu geben irgendwie. So einfach eine krasse Veränderung. Habe ich auf jeden Fall im Hinterkopf, habe ich mich auch schon so ein bisschen reingelesen, ist aber für mich erstmal so ein Stück weit nach hinten gerückt. Bevor ich nämlich das mache, habe ich gesagt, will ich erstmal gucken, ob ich es vielleicht auch resettet bekomme oder angestupst bekomme, indem ich vielleicht einfach mal ein, zwei Wochen auf Kohlenhydrate verzichte und dann vielleicht eben ja regelmäßige Tage einbaue, also dienstags, donnerstags kohlenhydratfrei oder irgendwie sowas, dass mein Stoffwechsel einfach so ein bisschen Abwechslung hat, um zu gucken, ob das vielleicht so ein bisschen die Krux ist, dass ich einfach ein bisschen weniger Kohlenhydrate und einfach mehr Gemüse, mehr Eiweiß, sonst was einbauen soll, um meinem Körper einfach das Signal zu geben, hey, du kriegst zwar trotzdem 2000 Kalorien, die Kalorien aber ein bisschen anders umverteilen, damit der Körper einfach merkt, okay, hey, oder was heißt merkt, damit er einfach ein bisschen besser loslässt, was er scheinbar nicht so gerne hergeben mag. Genau, das ist halt auf jeden Fall vorher noch auf der Liste, aber auch das Heilfasten habe ich mir einfach mal, ja, behalte ich mir einfach im Hinterkopf als Option, als Möglichkeit für mich, denn ich möchte alles ausschöpfen, alles in Anführungszeichen. Und warum ich das so gesagt habe, das kommt gleich. Wir haben dann noch besprochen, dass ich auf jeden Fall versuche, diese süßstoffhaltigen Getränke immer weiter zu reduzieren, bin ich auch voll fein damit, ist auch in Ordnung. Mehr Wasser ist auf jeden Fall drin. Ich werde jetzt auch gucken, dass ich mir morgens schon mal drei Flaschen Wasser hinstelle und versuche, die wirklich über den Tag zu trinken, dass ich eben auch auf meine zweieinhalb, drei Liter komme. Das wird jetzt als nächstes in Angriff genommen. Und genau, dann hat sie gesagt, naja, wenn dann alle Stricke reißen würden, hätte man eben halt auch noch andere Optionen. Und unter andere Optionen hat sie halt dann gesagt, naja, es wäre halt möglich eben eine Operation, also Magenverkleinerung, Schlauchmagen, was, da auch alles gibt, keine Ahnung. Und oder eben diese Diabetes-Spritze. Und dann habe ich sofort sehr energisch das verneint und habe dann gesagt, das will ich nicht. Das kommt für mich nicht in Frage, weder jetzt noch in Zukunft. Da war sie erst mal so ein bisschen perplex. Ich glaube, dass sie das anders gewohnt ist. Und dass es bestimmt, also Philipp meinte auch, bestimmt sehr viele gibt, die ja mehr oder weniger darauf warten, dass die Ärztin das vielleicht auch anspricht und anbietet, um eben, ja, diesen Weg gehen zu können. Weil es vermeintlich vielleicht auch erst mal der einfachere Weg ist oder so erscheint, als wäre es der einfachere Weg. Und hat mich dann ganz erstaunt angeschaut und wie und ne. Dann habe ich gesagt, nein, das ist für mich niemals eine Option. Ich will da nicht in meinen Körper so eingreifen. Weder jetzt irgendwie mit irgendeiner Spritze, mit irgendeinem Medikament, was auch super viele Nebenwirkungen hat. Was logischerweise, wenn man es dann irgendwann aufhört zu nehmen, ja auch, ne, dann geht ja auch wieder alles drauf. Also ich will das langfristig und nachhaltig mit einer guten Ernährung, mit Sport, mit Bewegung so schaffen, alleine schaffen. Und ich habe auch dann auch zu ihr gesagt, der Ehrgeiz und die Motivation, das habe ich alles, das ist alles da. Ich muss jetzt nur noch den Knopf finden, den ich drücken muss, damit mein Körper dann auch endlich mal ein bisschen besser mitzieht. Aber ich suche diesen Knopf und es kommt für mich nicht in Frage. Dafür bin ich auch einfach viel zu leicht. Also ich für mich muss sagen, jeder hat das Recht zu entscheiden, ob er sich einer Magen-OP unterzieht oder nicht. Jeder soll sich da frei fühlen und ich bin niemand, der darüber urteilen sollte oder darf, ob das jemand macht oder nicht. Aber ich für mich, meiner Meinung nach, ist es halt für Menschen, die einfach so schwer mittlerweile sind, dass sie sich auch noch kaum bewegen können. Dementsprechend bin ich mit meinen 108 Kilo einfach so weit weg davon. Ich habe ja noch für mich persönlich die Möglichkeit, selber was zu machen. Ich kann zum Sport gehen, ich kann mich bewegen, ich kann auch noch meine Ernährung kontrollieren. Ich bin da jetzt noch nicht so out of order, dass ich irgendwie 10.000, 12.000 Kalorien am Tag in mich reinschaufel und einfach so weit weg bin von diesem normal, sage ich mal, was man essen sollte. Es kommt einfach für mich nicht in Frage, heute nicht morgen und auch nicht in 20 Jahren. Also da werde ich, glaube ich, auch niemals anders drüber denken. Nee, ich will das für mich einfach nicht. Ich habe da meine Beweggründe. Ich will das auch einfach selber schaffen. Also ich habe es mir drauf gefuttert und ich werde es mir auch irgendwie abtrainieren. So, nicht irgendwie im Sinne von ungesund. Ich will es weder schnell, ich will es weder jetzt in 5 Minuten noch sonst irgendwas. Ich will es nachhaltig. Ich bin mir auch, ich bin absolut fein damit, wenn das 2, 3 Jahre dauert, bin ich absolut glücklich, solange es halt Stück für Stück wenigstens nach unten geht. Das ist das Einzige, was mich momentan mega stört. Aber wenn es dann nach unten geht, kann es von mir aus auch jeden Monat ein Kilo sein. Es ist mir egal, aber ich mache es alleine. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich schaffe das, ich weiß, dass ich das schaffe. Und jetzt hoffe ich erstmal wirklich, ja, dass ich einfach Sport machen darf, dass ich nicht wieder krank werde, dass ich jetzt mal wirklich 4 bis 8 Wochen einfach mal ins Fitnessstudio gehen kann und dann einfach auch mal gucken kann, okay, gibt es da wirklich ein Resultat, sieht man was an meinem Körper, macht sich das Training auch in der Form meines Körpers einfach bemerkbar. Da muss man einfach auch mal wirklich, ja, ein bisschen was länger durchziehen können als meine 2 Wochen, 3 Wochen Pause, 2 Wochen, 3 Wochen Pause. Da ist ja auch klar, dass sich da nicht ganz so viel bewegt, ne. Selbst wenn man, ja, mit dem Essen da halt aufpasst und das anpasst und so, nichtsdestotrotz, ne. Ja, bei mir war das schon immer so, bei mir muss beides passen, Bewegung und Essen. Und dementsprechend, ja, gebe ich da jetzt Gas und gebe da auch alles, aber ich schaffe das auf jeden Fall alleine. Ja, man muss tatsächlich sagen, also sie war da schon sehr beeindruckt. Also sie hat auch gesagt, sie findet das sehr mutig und sie findet das toll, dass ich da so auch motiviert bin. Und man merkt das auch und dass ich da auch nicht irgendwelche Ausreden suche, sondern dass ich da wirklich auch sehr ehrlich mit mir selber bin, auch sehr ehrlich ihr gegenüber bin. Und, ja, einfach auch sage, ich will eine Lösung für mein Problem finden, aber eine Lösung, die nix mit irgendwelchen Medikamenten oder irgendwelchen Operationen zu tun hat. Denn es muss auch so gehen. Es gibt so viele tausende Leute, die das geschafft haben. Und, ja, genau, ich werde tausend und eins, die das schafft. Und, ja, jetzt müssen wir halt nur finden, nur rausfinden, was bei mir momentan oder was momentan der Fehler ist. Genau, weiterhin ist also dementsprechend jetzt erstmal der Plan, das durchzuziehen, was ich eben jetzt angefangen habe. Ich habe mir was überlegt, das habe ich mir aus gutem Grund überlegt und das werde ich jetzt einfach mal vier Wochen am Stück durchziehen. Und dann werden wir uns entsetzen, gucken und nochmal nachjustieren, beziehungsweise dann halt eben Dinge verändern. Am Freitag, also übermorgen, habe ich nochmal mir einen Termin geben lassen für eine Körperanalyse. Ich dachte erst, ich mache das am Ende des Monats, aber es ist vielleicht dann doch nochmal ganz gut, weil die letzte war im Januar oder im Februar, ich weiß es gar nicht ganz genau. Um einfach nochmal so einen Jetzt-Stand zu haben und dann wirklich, wenn es auch geklappt hat, vier Wochen wirklich mal zu trainieren am Stück. Dann nochmal zu gucken, okay, was hat denn jetzt tatsächlich von Stand jetzt dieses Training dann in vier Wochen auch bewirkt. Und vor allem möchte ich gerne mal gucken, okay, hat sich denn vielleicht schon ein bisschen was umgewandelt? Was ist denn weggegangen? Vielleicht ist es ja wirklich so, dass sich ein bisschen Muskulatur aufgebaut hat, weil ich eben trainiere, weil ich halt eben Muskelgruppen beansprucht habe, die ich vorher so gar nicht beansprucht habe und ja auch Muskelkater habe und und und. Vielleicht habe ich da ja einfach aktuell so ein paar gute Reize gesetzt und konnte da eben auch ein bisschen Muskulatur aufbauen. Und Fett ist vielleicht auch dann dementsprechend schon gegangen und das wäre ja für meinen Kopf vielleicht auch ganz nice zu wissen einfach. Vielleicht hat momentan die Waage gar nicht so Aussagekraft und genau, ich konnte da vielleicht an anderer Stelle ein bisschen was umverteilen. Wäre ja auch ganz cool, genau und deswegen habe ich gesagt, mache ich am Freitag mit René direkt mal eine Körperanalyse, gucke mir das einfach mal an und habe auf jeden Fall dann einen Jetzt-Stand und kann in vier Wochen dann auch nochmal gucken, auch wenn dann vielleicht das Gewicht auch nicht so viel runtergegangen sein sollte, aber dass man einfach sieht, es gibt Fortschritte. Auch wenn man sie nicht sofort sieht, es gibt Fortschritte und ich will auf jeden Fall dranbleiben. Dranbleiben, weitermachen, nicht aufgeben, auch mein Körper wird sich irgendwann beugen. Er wird irgendwann sich meinem Willen beugen und dieses lästige Fett loslassen. Und in diesem Sinne, genau, bleibe ich trotzdem motiviert. Ich hoffe, ihr bleibt auch motiviert. Durchhalten ist, glaube ich, das Zauberwort. Und ja, jetzt würde ich sagen, entlasse ich euch mal. Wir haben 22.53 Uhr. Ich werde jetzt hier gleich noch ein bisschen was aufräumen. Ich muss noch die Lebensmittel verräumen. Ich will noch ein bisschen was zuschneiden. Ich habe irgendwie noch ein bisschen was zu tun. Aber ihr merkt es, ich habe auch noch so ein bisschen Energie. Also dafür tut der Sport mir wirklich gut. Ich bin richtig energiegeladen. Ich kriege viel mehr geschafft den ganzen Tag über. Also von daher, ich kann euch Sport nur empfehlen. Findet aber den Sport, der euch einfach gut tut, damit ihr auch dranbleibt und auch wirklich einfach Bock habt. Dann ist der innere Schweinehund nämlich gar nicht so groß. Also wenn ich den ganzen Tag irgendwie oder alle zwei, drei Tage hier in so einen Spillingkurs müsste, tschausen, da wäre ich sofort, da müsste ich sofort los. Da würde ich niemals hingehen oder wahrscheinlich einmal und dann hätten die mich da nie wieder gesehen. Also sucht euch was, was euch Spaß macht und ich werde euch garantieren, es geht euch besser. Also Sport bewirkt wirklich, dass man gute Laune hat, dass es einem gut geht und dass man sich vor allem fitter und energiegeladener fühlt. Und in diesem Sinne beende ich jetzt wirklich das Video, sag tschüssi und bis zum nächsten Video.